Das, was die Menschen zu uns bringen, ist wertvoller als Gold. Es ist der Glaube an Europa. Auseinandergenommen, wurde verbrannt, die Straße lebt. Ich sag euch so, Polizei... Kein Essen, kein Frankfurt, Berlin, Habibi. Wir ficken alle Städte hier. Das ist eigentlich die Reinstellung von der Polizei. Diese Jungs wollen die Silbersteinstraße in Berlin-Neukölln laut eigener Aussage zur gefährlichsten Straße Deutschlands machen. Jugendliche offenbar immer noch berauscht von den kriegsähnlichen Zuständen der Silvesternacht. Wenn wir provoziert werden, dann schlagen wir zu. Das ist unser Motto. Hart zur Sache geht es hier im sozialen Brennpunkt jedes Silvester. Doch die Angriffe auf Rettungskräfte sind in diesem Ausmaß eine neue Eskalationsstufe. Offenbar stolz filmen sie die Beschüsse und teilen sie auf Social Media. Gewalt gegen Einsatzkräfte findest du richtig? Ja, schon. Das muss man eigentlich tun. Warum? Das ist halt so. So habe ich es gelernt.